recht herzlich willkommen zur vierten folge von planet nomads ok wir müssen los in richtung osten um wasser zu holen gehen aber erstmal ins inventar und schmeißen was raus damit wir mehr platz haben das lassen wir hier das auch die platten die ressourcen auch aus lithium carbon aluminium und der rahmen der kann auch weg das kommt noch sortiert darüber darüber und ja das war's dann mal los ich gehe mal außen diesen weg erstmal laufen oder sind auf der linken seite wir sind jetzt hier frei dann um wasser ja dauert eine weile die nachtbomb wieder rein das ist relativ zügig oder oder ist jetzt irgendwie was anderes regen oder so keine ahnung eine uhr wäre ganz schön vielleicht kann man die ja mal bauen ja wo ist das wasserreservoir die früchte nein wir gehen weiter zum wasser das bringt jetzt nichts weiter geht's da oben sind sterne wieder hängen geblieben wir sind zu weit dann geht's ja ist es da wasser ne das ist ein schatten ne da wird jetzt dunkler da müssen wir irgendwann beim wasser sein ne nur wann tja hier war weiter bald ich mal jetzt ein paar räume hier ist es da drüben wasser ne ich weiß nicht wie weit es noch ist ich weiß nicht wie weit es noch ist wie weit es noch nicht dann glaube ich dann zu rechnen ich weiß nicht wie weit es noch nicht das Tja. Wo ist das Wasser? Müsste jetzt irgendwo kommen oder? Ich glaube da vorne. Da ist es. Ja. Da war es wieder gefunden. Hier ist es. So, jetzt nehmen wir Wasser. Dreckiges Wasser. Immer wieder. Wir können da mitnehmen. Gucken wir mal rein. Neun haben wir jetzt. Gehe. Zehn. Zehn. Zwölf. Zwölf. Sechzehn. Sechzehn. Wie groß geht denn das? Siebzehn haben wir jetzt, nicht sechzehn. Achtzehn. Neunzehn. Neunzehn. Zwanzig. Zwanzig gehen. Können wir noch mehr nehmen. Stechzehn. Siebzehn. Studi benefits. because open. Dann noch ein zweites Deck jetzt. Machen wir den auch noch voll. Nehmen wir dann 40 mit. Oder ist es zu viel, wird es zu schwer? Schwere Frage. Müssen wir schauen. Gut. Es sind zwölf. Fünfzehn müssen sein. Achtzehn, neunzehn und zwanzig. So, das ist genug. Dann gehen wir zurück. Richtung Westen wieder. Und ich bin mal zurück. Da liegen noch Ressourcen. Den nehmen wir glaube ich mit. Ist ja auf dem Weg. Platz haben wir glaube ich auch. Eisen, Silizium und Carbon sind da drin. Und da haben wir schon. Ist noch was? Ne. Ne, da ist noch ein Biografer. Einmal um den Baum. Oder Busch. Und dann wieder Richtung Westen. 945 Euro. Wird nicht mehr. Warum nicht? ist ja nicht dunkel war ja da geht noch eine ressource und weg ist er und wieder nach westen Glühwimmchen was ist das auf jeden fall da ressource hier vor machen wir ab ok da ist glaube ich auch noch einer nehmen wir auch weg ist es nun gucken wir mal gerade können wir nichts machen oder ach das ist gar nicht der bursch das ist der baum ja dann können wir den ernten genauso ist es und was kommt daraus früchte und kräuter und dann geht es erstmal nicht und dann gehen westen wieder wo ist der generator ja die tour war ganz erfolgreich jetzt haben wir noch wasser eigentlich paar früchte und kräuter ist nicht schlecht hier müssen wir irgendwo schon bald sein oder wo müssen wir laufen gehen wir noch mal besten das ist ein bisschen tricky um das wieder zu finden jetzt ich glaube hier sind noch so Bäume da müssen wir auf jeden fall noch dran vorbei oder diese fahnenartigen Bäume das muss hier irgendwo in der nähe dann sein das muss hier irgendwo in der nähe dann sein kann also nicht weit sein da ist ein gorilla aber wo ist unser unsere basis ja hier ist noch eine ressource die nehmen wir noch mit und dann geht es weiter aber wo lang also es wird jetzt wieder tag aber wo müssen wir hin da ist ein gorilla das ist gerade schwierig wo ist der laden da ist er also darf er der war da ich sehe nix ja wo ist das jetzt ich sehe nix ich sehe es nicht ich sehe es nicht ich sehe es nicht Genau. Nicht wirklich. Wo ist das denn bitteschön? Gut. So was. Immer wieder interessant, ne? Jeden Tag neue Leute kennenlernen. Aber ich find's nicht. Ich seh's nicht. Da ist noch ein Roller gerade gewesen. Ja, muss es doch sein. Naja. Ich denke, für den Part soll's dann wieder reichen. Ich denke mal, wir gucken in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. So. 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 So.